Musik Hallo, ich bin Desiree, studiere Wirtschaftsingenieurwesen und berichte heute als MINT-Blogging vom Tag der Technik hier in der Fachhochschule Strahl-Sund. Der Bildungsminister war heute auch vor Ort und hat die Schüler und Studenten begrüßt. Musik Musik Der Tag der Technik ist die perfekte Möglichkeit, um einmal hinter die Kulissen von Wissenschaft und Technik zu schauen und bietet euch die Möglichkeit, Labore anzuschauen und euch selber auszuprobieren. Also, kommt mit! Musik Musik Hier seht ihr den Rennwagen des Beutek Racing Teams der Fachhochschule Strahl-Sund. Es war das erste deutsche Team, was bei der Formula Student teilgenommen hat. Musik Mit einer Wärmebildkamera kann man Unsichtbares sichtbar machen. Musik Hier werden Roboter programmiert. Musik Hier schießen selbstgebaute Mini-Rennwagen mit bis zu 100 kmh über die Strecke. Musik 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 Musik